Willkommen wieder zu einer Runde Titan 2. Wir gehen rauf in 3, 2, 1. Geh rauf. Okay. Okay. Und der liebe Mr. Morgan muss jetzt mal gucken, ob er einen Diaofen hat. Nein, hab ich nicht in dem Winter. Wo hast du den bitte stehen lassen? Keine Ahnung. Ich hab ihn schon vergessen. Jaja, auf jeden Fall hat jemand den gefunden. Und ich finde, wir sollten hier langsam mal raus, weil du hast... Ach, wir haben ja noch Melonen, stimmt. Immerhin. Oh, nicht mehr so viel. Wir denken halt, wir müssen jetzt halt mal erstmal ein bisschen Essen holen, ein bisschen Holz. Und wir wissen, wir hatten jetzt halt ein bisschen Pech. Tut mir auch leid, dass ich... Ich glaube, wir waren beide ein bisschen demotiviert nach der letzten Folge. Aber man kann halt nicht immer Glück haben. Hast du Verzauberungstisch? Nein. Hast du den? Ja. Ich hab auch den Diaofen. Mich anmeckern, weißt du? Nee, du hast es stehen lassen, ey. Ich hab doch gesagt, wenn wär's auch nicht so schlimm. Ich hab das voll überdramatisiert. Hast du das nicht gemerkt? Nein, du hast mich geschlagen dabei. Ach, muss das den Leuten immer sagen, dass ich dich immer verprügel? Siehst du, hätten wir sein können mit dem Diaofen. Hä? Hä? Aber das ist dann echt komisch, wie man sagt, da waren voll viele Strip-Mine-Gänge und ne Miene. Das klingt richtig nach uns. Also entweder ist hier jemand, ne? Oder, äh... Wir haben zwei Diaöfen gehabt. Ja, wir haben zwei Diaöfen gehabt. Ich hätte Zombies anzupfen. Hä? Wie hast du das geschafft, wieder hierher zu kommen? Warte, dann muss man ja mal die Musik lauter machen. Lauter? Ich dachte leiser. Leiser, ja. Sollen wir noch irgendwas davon mitnehmen? Brauchen wir davon irgendwas? Oh, was hast du denn da noch? Hast du genug Spinnenzeug? Ja, Weizen. Bist du eigentlich doof? Weizen und Kartoffeln? Na, den brauchen wir. Brauchen wir. Wetzlar brauche ich nicht. Kohle könnten wir gebrauchen. Feuerkugel brauchen wir eigentlich nicht. Äh, Kürbiskerne brauchen wir jetzt auch mal nicht. Trieb-Ignat behalte ich mal. Habe ich da welche im Safe-Infinal? Nochmal ganz kurz, du hast genug Spinnenweben, hast du gesagt, ne? Ich habe meine Ignatze aus der Sinne hingeworfen. Oh Mann. Ach, herrmuliger. Ich solch hier gerade mein Inventar aus. Soll ich dann noch ein bisschen Cup-Web holen? Ah, der ist kaputt. Ich habe eine Uhr. Brauchen wir eine Uhr? Weiß ich nicht. Brauchen wir einen Kompass? Ich habe nämlich auch einen Kompass. Hallo, Herr Zombie-Freund. Er hat mich angezündet. Warum? Weiß ich nicht, weil ich ihn angezündet habe. Voller Spacko, Alter. Ja, echt nicht cool. Willst du auch ein bisschen Gold haben? Ja. Aber was soll ich damit... Das sind so Single-Sachen, die brauche ich halt nicht. Wir haben ja ein paar Brennungs-Titon-Schwerter. Wir könnten die doch direkt anzünden, Team. Und dann haben wir das gebratene Essen. Genau. Weil Titan-Schwerter, einige werden vielleicht jetzt sagen, oh, schlag doch nicht mit dem Titan-Schwert. Das nutzt sich nicht ab. Echt nicht? Lass du bei, du warst hier langen Level. Wir sollten mal hier weg. Wir haben doch gar nicht irgendwas getötet. Was? Wir haben doch auch gar nicht irgendwas getötet. Naja, aber nicht dort. Genau da. Ich habe noch 21 Karotten. Okay, sorry. Echt jetzt? Ja, warum? Fädern habe ich auch noch und Fäden ganz viele. Können wir jetzt gehen? Ja. Ich habe Angst. Heulung. Es ist so dunkel hier. Auf jeden Fall, wie gesagt, Freaks, da könnt ihr ja gerne mal vorbeischauen. Der hat irgendwie... Ich bin so gespannt, ob das wirklich hier irgendwo war, weil der meinte, da war eine Schlucht davor und ganz viele Strip-Mine-Gänge und... Wir werden es nie erfahren. Nee. Ein bisschen Essen habe ich tatsächlich noch, sehr gespannt. Das ist ganz schön. So. Pack mal. Ohne Wiss. Okay, lass das. Lass das. Habe ich dir wieder Müll zugeworfen, ja? Ja. In meinen Augen Müll. Ja, lass mal rausgehen hier. Aber ich habe dir eine wunderhübsche Blume geschenkt. Aber wie kommen wir hier raus? Ich weiß es nicht hochbuddeln. Pass auf, pass auf, pass auf. Warte, wir kamen von... Ich bin hier runtergesprungen. Das heißt... Ich habe eine Idee, wo wir hin müssen. Nach oben? Das ist doch niemals Höhe 13 gewesen. Egal. Das war Höhe 13. Ach, übrigens müssen wir hier auch raus. Because ich habe meine Dingsbums nicht zensiert. Irgendwann. Kommen wir irgendwie wieder raus? Warte. Ah, hier komme ich hoch. Nice. Oh, oh. Oh, was war das? Alles gut, alles gut, alles gut. Da ist ein Skelett. Ah. Die runterfallen. Ja, aber ich komme da sonst gerade nicht ran. Äh, ich hänge auch erstmal fest. Ich dumm kopp. Geht doch, hab's tot. Wie ich nicht sehe. Ja, geht mir gerade... Ähnlich kann ich da jetzt nicht. Ich habe aber Fackeln. Bitte. Hat auch eine gesetzt, genau in dem Moment. Alles klar. Ach so, und einige meinten auch, hey, kannst du nicht mal irgendwie die Helligkeit höher stellen? Dürfen wir nicht. Dürfen wir nicht. Wir dürfen auch hellen stellen, aber mehr halt nicht. Okay, noch nicht, aber... Oh ja, hier sind wir sogar echt runtergekommen. Ja, weißt du nicht. Ja, ja. Ah. Es ist auch Tag, das ist so schön. Hast du noch Eisen? Äh, ja. Barren meinst du? Ja. Hier. Wo sollst du sie hin? Ja, danke. Wir spielen auf eins, das spielen wir auf eins, acht, ja, ne? Ja. Om nom 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 nom. Hab ein Schaf gegessen. Da hüpft ein Kaninchen. Leute sagen immer, ich sollte Kaninchen nicht töten. Ich hab mir einen Lava-Eimer geholt. Oh nice, das trau ich mich nicht, weil ich zünd mich selbst an. Ich hab aber einen Dingsbundseimer. Hallo. Guten Tag, ich bin hier. Wir brauchen ein bisschen Holz. No. Ich brauch auch ganz viel Wolle, damit wir uns große Backpacks bauen können. Äh, hab ich gerade eins da geplasht, weil, weiß ich nicht. Ja, und einige meinten auch, du wirfst was wie Gold-Ingerts weg. Entschuldigung, Ingerts. Ich hab 64, ich hab zweimal 64. Und das wollte ich gerade sagen, wir haben so viel und wir müssen hier echt ein bisschen weg. Und wenn es geht, wir müssen Äpfel farmen. Ja, dann lass mal hier die Dingsbumsbäume halt abbauen, ne? Ich töte gerade die ganzen Tiere. Alles klar, dann mach, dann begib ich mich einfach ans Holz und du tötest die Tiere. Das ist mein Hobby. Das ist doch, das klingt doch fair, oder? Total. Was ist sein Hobby? Ich weiß nicht, in der Stadt war so schön viel Wolle. Oh, hätten wir alles mitnehmen müssen. Hier sind nur Teppiche. Hast du ne Schäge? Vielleicht finden wir genug Schafe für Wolle, so. Ha, sollten wir. Und im Notfall gehen, wir hatten wir wieder zurück zum Spawn. Oder meinst du, wir sollten nicht zurück zum Spawn gehen? Ähm, doch, ich würde schon irgendwie zurück zum Spawn. Irgendwann. Aber jetzt vielleicht erstmal noch nicht, aber irgendwann. Ding, die Schokolade töten. Ach, und was mir auch gesagt wird, ist, dass halt die Sachen immer besser droppen, wenn man sie, also, an einem Baum Äpfel droppen, besser, wenn man sie, wenn man die Bäume explodieren lässt, aber halt schwierig, ne? Doch, die lässt du jetzt explodieren. Irgendwann. Ach, und was ich auch ganz oft als Kommentar bekomme, ist, dass wir Geschwister sind. Wusstest du das schon? Ja, warum? Achso, okay. Ich wusste das nicht. Nee. Bist du dumm, ne? Ja, ne? Ja, ich weiß das. Mann, Ari. Ja? Das musst du wissen. So. Entschuldigung. Ich töte Schweine. Es verliert echt keine Haltbarkeit. Ich töte Schweine. Es verliert echt keine Haltbarkeit, das Schwert. Ach was, hast du mir jetzt nicht geglaubt, oder? Ich glaub, du glaubst, scheiße. Nein, es verliert keine Haltbarkeit. Nichts, auch dein Harnisch verliert keine Haltbarkeit. Alles aus Titan, das ist halt so schwer, sag ich jetzt mal, zu farmen. Stirp. Stirp. Auf jeden Fall haben wir natürlich noch vor, irgendwie, dass wir wenigstens noch eine Titan-Hose kriegen. Das heißt, nochmal sechs, zwölf, äh, zwölf Dingsbums. Und ich bin einmal, das weiß ich, geb ich mittlerweile zu, äh, ich bin einmal an Titan-Dings vorbeigelaufen. An Erz. Allerdings wüsste ich leider nicht mehr, wo das ist. Oh, Ari. Ja. Ich hab mir das, sonst hätte ich gesagt, komm, da laufen wir nochmal hin, aber ich weiß es nicht. Du bekommst von mir dafür einen Big Dislike. Ja, es tut mir leid. Ich hab ein Apfel. Oh, oh, oh. Was denn? Irgendeine Festung oder so. Äh, nicht dahin gehen, die töten dich. Ich schwör's dir, bitte. Bitte, die Viecher killen dich. Da sind nur Schwämme drin und nichts irgendwie Lohnenswertes. Nee, nicht das Festung, eine Gebaute mit einem großen irgendwas, Auge oder so. Ehrlich? Ja. Oh, ich weiß nicht, wo, nee, ähm, ne. Ich weiß auch schon wieder gar nicht, ich weiß gar nicht, wo du hin bist. Heck, mit deinem Anus. Ja, das mag ich. Ich hab mittlerweile 36 Schweinefleisch. Bin full. Äh, reicht ein Steckernholz. Ja, oder? Ja, ich fäll halt weiter Bäume wegen, äh, Dings gerade. Äpfeln. Ich habe ganz viel Schweinefleisch. Ja? Äh, in der Stadt soll wohl irgendwie auch ein Spawner sein. Ach, da bist du, hallo. Komm mal, da ist noch ein Apfel. Na, 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 na. Hast du noch irgendwo ein Apfel? Na, 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 na. Nee. Nee, ne? Vielleicht ist da hinten noch was gedroppt, wo ich vorhin... Ich weiß gar nicht mehr, wo ich abgebaut hab. Aber ich glaub, da... I got a Apfel. Oh. Ehrlich? Nein. Oh. Ehrlich? Nein. Warum mobst du mich? Brauche mehr Kaninchen-Toast. Ah, ich hab noch einen Apfel. Also, wir haben jetzt schon mal drei. Und die Leute haben übrigens gesagt, du solltest mal mehr auf mich hören, weil dieser Dier-Apfel war scheiße. Nein. Und du hast es mir nur nicht erzählt, weil du genau wusstest, dass ich Nein sag. Also, im Endeffekt kann es natürlich sein, dass man durch sowas mit Glück, mit einem halben Herzen irgendwie überlebt, aber... Ja, wirst du schon sehen. Wenn ich den Dier-Apfel nehme und dann gewinne, wirst du sagen, ach, so lange hat er den Dier-Apfel nicht gebaut. Ich glaube, so wird es werden. Da hast du recht. Und mich ignoriert, weil ich keine Ahnung habe. Nein, das soll ich glauben. Ich werde in fünf Minuten gekickt. Wo bist du denn? Keine Ahnung. Ich töte Schafe. Stirb. Da bin ich im Pupsi und der reagiert nicht mehr drauf, sein Schwein. Schafe, Schafe. Ach, mir fällt ein, ich habe hier auch noch Golderz. 24 Stück. Du hast ja noch den Dier-Apfel. Ja. Ich dachte echt irgendwie, das klang so richtig nach uns. Dann, entweder war irgendjemand in der Nähe und wir haben deshalb wahrscheinlich kein Teil den Erzbeer gefunden. Genau. Das wird der Grundsatz. Wir haben das einfach vor uns immer abgefarmt. Boah, voll die Schweine, ne? Na, wo ist es denn hier? Ach, manche haben das übrigens... Wo bist du überhaupt hin? Kann ich das Leder auch nehmen? Könntest du wieder zurückkommen? Ich habe Angst. Kann ich das Leder auch nehmen? Nein. Verdammt. Oh, ich will ihn nicht anzünden. Der guckt so süß. Hast du noch Leder? Äh, ich glaube nicht. Ich gucke mal ganz kurz in meine Backpacker. Äh, nein. Ich habe nur einen Sattel. Verdammt. Ich brauche Leder. Drei Stück. I'm so sorry about that. Das ist schade. Das hätte mir jetzt ein Backpack, einen großen Rucksack gebaut. Backpack, Rucksack, Rucksack, Backpack. Oh, das ist ein Babykanin, das will ich nicht hauen. Wo bist du? Ich sehe hier noch... Ich werde einfach hängen und töte Tiere. Aber das machst du nicht gut. Ich habe nämlich gerade eine Kuh gefunden. Und noch Kaninchen. Ja, dann töte die Kuh, weil ich brauche die. Weiß. Aua. Ich bin ins Wasserloch gefallen. Ich will aber nicht an der Oberfläche... Hat die gedroppt? Die hat ein Leder gedroppt. Ich habe zwei getötet. Nur ein Leder? Hat nur eins gedroppt, ja. Ach, nö. Aber halt fünf Fleisch dafür und es wird dunkel. Wo sind sie? Ich gehe gleich dahin, wo wir hier eben waren. Weiß nicht mehr, wo das nicht spart. Ich sehe dich. Hä? Hallo! Hi! Ich verliere so schnell... Oh nein, das Arme kann ich... Das quietscht auch so. Oh, ich hätte zu gern noch einen Leder gefunden, ne? Eins? Äh, zwei. Ähm, wo bist du? Komm mal her. Was willst du für ein Essen haben? Äh... Ich habe 50 gebratene Schwein und noch ganz viel anderes. Sonst gib mir halt ein bisschen Schwein. Nee, ich gebe dir den Rest. Nee. Ich habe das Schwein und du kriegst das alles. Ach so, dann nimm du bitte das Schwein. Ich habe 50, oh. Weißt du, dass wir das halt so ein bisschen aufteilen. Ich habe 50 Schwein habe ich und du hast... Ich habe 6, 7, 19... Ach, das wird schon passen. Ich habe auch die Äpfel, die ich auch mal in Safe Inventor packe, dass ich sie nicht zu schlecht esse. Soll ich daraus auch Äpfel machen? Kannst du eigentlich sofort machen, oder? Ja. Jeder von uns hat momentan einen. Du hast noch einen Diamond Apfel. Also kriege ich einen mehr, danke. Kann dir auch einen Diamanten enden, okay. Nein, danke. Bam. So. Ich wollte nur ein paar Pfeile holen. Nein, 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 nein. Wo bist du, oder? Da, 2 Stück. Dankeschön. Ach, NP, NP. Jetzt habe ich 3. Hier ist übrigens das da. Ja. Und Pfeile. Ich habe nämlich nicht mal hinter dir Pfeile 6 Stück. Ich habe nämlich nicht mal einen Bogen. Also, ich beschränke mich echt nur auf Nahkampf. Komm, wir gehen nochmal irgendwie eine Kuh suchen, oder so. Eine Kuh? Ja, ich hätte gerne einen großen Backpack. Da ist übrigens noch ein Schaf. Brauchst du das noch? Ja, irgendwie bei The Way, ja. Ja, vielleicht kann ich ja auch sonst, you know. Hast du das jetzt eingesammelt? Okay. Ja, mehr Schweinefleisch. Du lässt es auch noch lieben. Mehr Schweinefleisch. Töten, ich will nur das töten. Töten, 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 töten. Creeper, das will ich töten. Geh weg, geh weg, geh weg. Okay. Habt ihr lernen? Ich habe ein Schwein übersehen. Nein, wie konntest du nur, du Schwein? Du Schwein, okay. Es musste mit angucken, wie alle getötet werden. Ich werde in der Minute gekriegt. Nice, da ist er. Alles klar. Jetzt haben wir so ein Vorräter aufgestockt. Genau, und unser Ziel war es jetzt erstmal auf jeden Fall ein bisschen die Vorräter aufzustocken, mal aus der Höhle rauszukommen. Und wir suchen aber natürlich eigentlich... Hier ist ein Haus. Ja, nice, da ist er. Was Neues. Ähm. Nichts drin, ne? Nee, nee. Okay, wollen wir uns hier... Ich werde in 30 Sekunden... Ich auch, ich werde unser Schwein töten. Ich habe 57 gebratene Schwein, ja. Das ist geil, dann lass mal irgendwie ein Stückchen kurz... Oh, da ist eine Kuh. Bitte, sie. Sie ist dauernd, sie hat ein Leder gedrückt. Willst du es haben? Da! Das war drei, habe ich. Ich baue mir jetzt schnell ein Backpack. Das schaffst du nicht, das schaffst du nicht. Leicht das mal lieber. Gut. Drei, zwei, eins. Bis zur nächsten Folge. Auf Wiedersehen. Auf einen fantastischen Tag. Tschüüüüüü!